Hallo Leute, ich bin Pavel Meijer von Fairway. Und warum Fairway Krypto ist? Ich bin hier mit Patrickem Flandern. Und ich will mal kurz sagen, warum Fairway Krypto ist. Also Patrick, vielen, vielen Dank. Du hast kurz Zeit für mich. Und du weißt, ich möchte Fairway in Tschechien rechnen. Und Krypto ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Und du weißt, in Prag, das tschechische Land ist trotzdem ein bisschen weiter als Deutschland. Aber du bist die beste Person in Deutschland. Kannst du ein bisschen sagen, nach Tschechien und Slowakei, warum Krypto und warum Fairway Krypto? Naja, also Krypto an sich ist natürlich einer der größten Wachstumsmärkte in der Zukunft generell. Also das, was jetzt in den nächsten Jahren in dem Bereich kommen wird, ist unserer Meinung nach gigantisch. Es wird größer als das Internet. Warum Fairway? Ganz klar, weil Fairway ein Unternehmen ist, was etabliert ist. Ein Unternehmen ist, was in der Schweiz sitzt, was quasi im Krypto Valley sitzt. Und was natürlich mit dem Ilhan Dogan als Aushängeschild letztendlich auch für Qualität steht. Und gerade in dem Krypto-Bereich sind ganz viele schwarze Schafe unterwegs. Es wird viel, viel versprochen und es wird genauso viel betrogen in dem Bereich. Und viele Menschen verlieren auch schnell ihr Geld. Deswegen sollte man sich immer nach solchen Unternehmen wie Fairway zum Beispiel Ausschau halten. Das meinst du, ist auch relativ sehr sicher. Ja, absolute Sicherheit ist da gegeben, ja. Ja, das ist super. Und wie siehst du die Zukunft in Tschechien, in Europa? Wenn jemand ansteht bei Fairway, dann kann er natürlich global arbeiten. Genau. Wie ist deine Meinung, deine persönliche Meinung? Ja, das ist ein riesen Vorteil auf jeden Fall von Fairway. Und Fairway hat ja auch noch andere Produkte, die dahinter stehen, die man natürlich mit vertreiben kann. Man kann sich Strukturen aufbauen im Ausland. Das ist natürlich ein absolutes Unikum. Das gibt es sonst nicht. Das ist einmalig von Fairway und das kann man oder sollte man nutzen mit Sicherheit. Also super. Also nochmal vielen, vielen Dank. Das ist für mich super die beste Nachricht. Ich bin natürlich dabei, ich habe schon Krypto gekauft oder meine gekauft, die Mitarbeiter investieren. Und ich denke, mache ich das einfach auch genauso, weil das ist ein sehr interessantes Thema und kann man nach ein paar Jahren wirklich sehr reich sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Super. Absolut. Danke. Gerne.